Ich bin nicht so sportlich. Gibt es denn trotzdem einen Bereich im Militär für mich? Ja, ja, also ich würde auch sofort in die Küche abkommandieren. Jan und ich schauen ja immer etwas rum, was es für Jobs gibt. Und vielleicht wäre ja das Militär etwas. Darum sind wir heute hier im Militär. Und zwar bei der Sanitätshilfsstelle in Davos, beim BAEV. Und geht mal schauen, ob das etwas von uns wäre. Let's go! Frau Wundertein, ich habe mir überlegt, vielleicht wäre das Militär noch etwas für mich. Was spricht dafür? Also, ich meine, wenn ihr eine Seite gesehen habt, was hier geleistet wird, was ihr hier alles kannte lernen, das wäre doch schon ein Grund. Wenn Sie jetzt könnten, welche Funktion würden Sie gerne übernehmen? Ja, es gibt häufig spannende Sachen. Der ganze Cyberbereich wäre extrem spannend. Aber da ich natürlich auch ein Helikopter und auch Flugzeugfliege, wäre vielleicht die Luftwaffe auch etwas für mich. Ich bin See-Ausländer. Ursprünglich komme ich aus Deutschland. Man könnte ja vielleicht einen bilateralen Vertrag für mich machen oder so ein Bündnis. Ja, das wäre durchaus möglich. Gute Leute wollen wir nämlich immer unberingt. Hast du Wett verloren oder wieso musst du heute den Patienten spielen? Du, das macht man einfach so. Ja, das macht man einfach so.